New Trousers, man, New Shirt, man, Shooting, man. Schönen Vatertag. Heute Abend ist es soweit, wirklich zum Ehrentag, passt auch. 23 Uhr ist die Premiere, nicht 23, sondern 23, 59, 23 Uhr, 29, sondern 23 Uhr auf meinem YouTube-Channel. Und wir sind 15 Minuten lang, noch live vorher, oder ein bisschen länger sogar, live, so mit live, kannst du ankicken. Und ja, ich freue mich, krasses Video auf jeden Fall und ich hoffe, der Song gefällt euch auch. So, in genau 17 Minuten sind wir live, wir sind schon im Studio, ich bin im Raumschiffsessel und ja, überlegt euch ein paar Fragen, wir stehen Rede und Antwort. Vielleicht kamen wir auch ein paar Geschichten aus Island oder so. Wird auf jeden Fall ein Bild, das Video, 23 Uhr ist es draußen, also 33 Minuten noch, bis das Video online ist. Und 17 Minuten sind wir schon live davor, vor der Premiere. Bis gleich. Entschuldige an der Stelle hier schon mal den Knisterstuhl, den Herr Skripsis hier. Aber was soll es, ey. Wir erzählen nur ein paar Geschichten am Ehrentag. Bam, wir sind im Chat. Gleich geht's los, gleich gehen wir live. Komm vorbei. So, gleich geht's los, Premiere startet gleich. So, ich will groß machen, hier knallen die ganzen Herzen und Wölfe rein. Pam. Diese berührende Fahrstuhlmusik, ey. So, wie gefällt es euch? Also jetzt, ich freue mich immer, wenn so ein Song rauskommt und dann weiß man auch, was man gemacht hat. Ciao, grüße raus. Krasse Arbeit auch. Ja, ey, lasst das Ding pushen. Wenn ihr Motivationsplaylisten kennt, Sportplaylisten, knallt den da rein. Schreibt alle an, die ihr kennt, dass es gepusht wird. Wichtig ist, dass wir auch auf iTunes Supporter werden. Weil, wenn man ja keine krassen Platierungen kriegt in Playlisten, dann ist es natürlich schwer, dass ihr einen noch ein neues Publikum findet. Aber, dafür höre ich ja euch. Und ja, ey, danke erstmal für die ganzen Nachrichten. Das macht auf jeden Fall gute Laune zum Vatertag.